Was geht ab, liebe Kampfsportfreundinnen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, NoTimeMA. Christian Eckerlin hat Michael Smolik geantwortet auf seine Reaktion auf die Verletzung von Christian Eckerlin. Der Michael Smolik hatte ja etwas repostet gehabt von jemandem, der bei YouTube bei ihm kommentiert haben muss, dass Christian Eckerlin diesen Kampf wahrscheinlich nicht wegen der Verletzung abgesagt hat, sondern aus anderen Gründen. Und der hätte da kommentiert gehabt, dass Christian den Kampf abgesagt hat, dass alle Bänder gerissen sind, aber dann trotzdem wieder direkt danach trainieren kann, obwohl das eigentlich eine Verletzung ist, für die er acht Wochen braucht. Und Michael Smolik hatte das repostet und hatte gesagt, da kann sich jeder selber seine Meinung zu bilden. Und ja, Christian Eckerlin hat jetzt darauf geantwortet in seinem neuen Video und hat eine klare Message in Richtung Michael Smolik geliefert. Kurz vorab, wenn euch das Video gefällt und ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, denn 71% von euch haben ihr Kanal nicht abonniert. Danke für den Support, es geht weiter nach oben, Freunde. Christian Eckerlin konnte den Kampf bei Bellator nicht antreten aufgrund der Bänderverletzungen, die er hatte. Und das war wirklich auch eine sehr, sehr schlimme, wie er beschrieben hat. Daraufhin konnte er den Kampf dann auf der Bellator-Bühne nicht bestreiten. Das bedeutet, er hatte wirklich eine sehr, sehr große Chance verpasst, auf dem Fedor-Event zu kämpfen. Dann auch Khabib ist da gewesen, sein Cousin hat dort gekämpft und viele, viele andere auch. Das ist natürlich eine Chance, die kriegst du vielleicht nur einmal im Leben auf so einem Hammer-Event und dann auch nicht so weit entfernt, ich meine, in Moskau zu kämpfen. Und er sagte ebenfalls, dass es ihn immer noch trifft, dass er es schade findet, dass er diesen Kampf nicht wahrnehmen konnte und dass er es unnormal gerne gemacht hätte und dass es ihm immer noch quer liegt. Aber er ist mit Bellator in Verhandlungen und es wird weiterhin sehr, sehr bald neue News geben, dass es eine neue Möglichkeit für Eckerlin gibt, dass er da womöglich einen Kampf bestreiten kann. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt, wenn es dann dazu kommen sollte, Freunde. Zu Michael Smolik hatte er gesagt, dass er klipp und klar für ihn Abschaum ist. Sprich, er hatte gesagt, dass die ganzen Leute, die sowas von sich geben, dass Christian Eckerlin den Kampf wegen einer Fake-Verletzung nicht antreten konnte und dass er sowas mit Absicht gemacht hat, dass er den Kampf nicht bestreiten will. Das sind Leute, die nie etwas in ihrem Leben erreichen, hat er gesagt, und nie etwas in ihrem Leben erreichen werden. Das sind einfach nur, ja, Hater, das ist Abschaum in seinen Augen, ne, das nimmt einen null ernst, das interessiert ihn gar nicht, was diese Leute sagen. Er hat auch zu Michael Smolik gesagt, man hat ja gesehen, aus welcher Richtung diese Kommentare kommen, von irgendwelchen Kämpfern, die Fake-Kämpfe machen, die einfach nichts in ihrem Leben erreicht haben und dass sowas halt einfach für ihn Abschaum ist. Er wollte auch gar nicht irgendwelche Namen nennen, er wollte auch gar nicht Bezug, ja, genau auf diese Person nehmen, aber hat halt gesagt, man sieht, aus welcher Richtung das kommt und das ist natürlich Clan Michael Smolik gerichtet, Freunde. Und da müsste mich mal eure Meinung in den Kommentaren sehr, sehr interessieren. Was denkt ihr über die Antwort von Christian Eckerlin, was sagt ihr darüber? Ich bin gespannt, ob es sehr, sehr bald einen weiteren Kampf bei Bellator geben wird, eine weitere Möglichkeit. Ansonsten lasst doch mal unbedingt gerne ein Like und ein Abo da, schreibt mir auch mal in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal, hier bei No Time in May. Ansonsten bis zum nächsten Mal, hier bei No Time in May.